Amazon bei 3.000 US-Dollar, Booking Holdings bei 1.800 und Tesla und Alphabet bei 1.500 Dollar je Aktie. Diese hohen Kurse verschrecken viele Anleger. Sie greifen daher lieber zu günstigen Werten wie Ford, General Electric oder im Extremfall zu Werten wie NetSense. Früher gab es Aktiensplitz, womit die Kurse wieder billiger wurden. In letzter Zeit gibt es allerdings immer weniger Aktiensplitz. Heute erkläre ich euch, was Aktiensplitz sind und warum es immer weniger davon gibt. Bleibt also dran! Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von Finanzgeschichten.com. Mein Name ist Matthias Schmidt und heute geht es um Aktiensplitz. Früher konnte man häufig aufgeregte Anleger in Diskussionsforen oder Facebook-Gruppen finden, die auf der Suche nach Gründen waren, warum sich eine Aktie halbiert oder gedrittelt hat. Sie konnten keine Meldungen finden, waren verunsichert, aber denen konnte schnell geholfen werden, nämlich in der Regel hat die betreffende Aktie einen Aktiensplitz durchgeführt. Was passiert bei einem Aktiensplitz? Ein einfaches Beispiel. Nehmen wir an, ein Anleger hat 50 Aktien und die Kosten aktuell 200 Euro. Wird jetzt ein Aktiensplitz 2 zu 1 durchgeführt, gibt es einfach für eine alte Aktie noch eine weitere Aktie hinzu. Also der Anleger hat nachher doppelt so viele Aktien im Depot, gleichzeitig halbiert sich der Kurs. Also er hat am Ende 100 Aktien, die etwa bei 100 Euro wieder stehen. Vorher hat er 50 Aktien, die bei 200 Euro stehen. In Summe gibt es in beiden Fällen 10.000 Euro. Der Wert seiner Depotposition hat sich durch einen Aktiensplitz nicht verändert. Das Gleiche gilt auch für die Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung eines Unternehmens ändert sich durch einen Aktiensplitz nicht. Es stehen einfach beim 2 zu 1 Splitz zum Beispiel doppelt so viele Aktien aus, die halb so viel kosten. In Summe kommt immer der gleiche Betrag raus. Wie sehr ein solcher Aktiensplitz die Anzahl von Aktien im Laufe der Jahre aufblähen kann, habe ich die Tage bei einem historischen Wertpapier gesehen, das ich für meine Auktion erfasst habe. Und zwar ist das eine Aktie von der Nestle, die blende ich euch hier mal ein. Nestle hat in den letzten 30 Jahren drei Aktiensplitz durchgeführt. Der Anleger hier hat 1981 fünf Nestle-Aktien gekauft. 1992 gab es ein 10 zu 1 Splitt. Aus den fünf Aktien wurden 50 Aktien. 2001 gab es den nächsten 10 zu 1 Splitt. Aus 50 Aktien wurden 500 Aktien. Und am 30. Juni 2008 gab es nochmal einen 10 zu 1 Splitt. Aus den 500 Aktien wurden also 5000 Aktien. In 39 Jahren wurden aus fünf Nestle-Aktien durch diese drei mal 10 zu 1 Splitt 5000 Aktien, die heute einen Börsenwert von etwa einer halben Million Euro haben. Wir sehen also, wie mehrere Splitts in Folge langfristig die Aktienzahl deutlich in die Höhe treiben können. Warum gibt es überhaupt Aktiensplitz? Einer der Gründe, der immer wieder angeführt wird, ist, dass die Aktie dadurch optisch günstiger wird und vor allem Kleinanleger dann vermehrt zugreifen. Dass an dieser These was dran ist, zeigt die Seite 241.com von Neil McNeely. Er hat 1996 einen Index kreiert, der immer dann in Aktien investiert, bei denen ein Splitt angekündigt worden ist. Und diese Aktien dann für rund 30 Monate hält. Der Index hat in den letzten 10 Jahren eine jährliche Outperformance von etwa 3,6% pro Jahr gegenüber dem S&P 500 erzielt. Also ist es deutlich zu sehen, dass Aktien, die Splitts durchgeführt haben, im Schnitt besser als der breite Markt performt haben. Dass Aktiensplitz vor allem für Kleinanleger sinnvoll sein können, zeigt das Beispiel Amazon. Der Aktienkurs ist aktuell bei etwa 3.000 Dollar. Und wenn wir jetzt mal überlegen, dass ein Kleinanleger meinetwegen 10 Positionen a 1.000 Dollar oder 1.000 Euro hat, so steht er dann vor der Überlegung, nehme ich eine Aktie von Amazon, dann ist sie aber deutlich übergewichtet im Depot oder muss ich darauf verzichten. Von daher wäre es sinnvoller, die Aktie 100 zu 1 zu splitten. Der Amazon-Kurs steht dann bei 30 Dollar. Und dann kann der Anleger überlegen, okay, dann kaufe ich eben 30, 35 Amazon-Aktien. Und er kann so ein Ungleichgewicht im Depot verhindern und schön diversifizieren. Ein weiteres Argument, das vor allem von der Profi-Seite her angeführt wird, ist, dass die Liquidität in gesplitterten Aktien regelmäßig steigt. Wenn ein 2 zu 1 Splitt durchgeführt worden ist zum Beispiel, dann verdoppelt sich der Umsatz gemessen an der Stückzahl nicht nur, sondern er legt noch überproportional zu. Und Profis mögen Aktien mit einer hohen Liquidität, weil sie dann schnell ein- und aussteigen können und auch größere Summen schnell kaufen und verkaufen können. In der Vergangenheit waren Splits sehr beliebt. Gerade zu Zeiten des neuen Marktes, also zwischen 1997 und 2000, waren sowohl in den USA als auch in Deutschland Splits in der Tagesordnung. Und immer wieder kam eben das Argument, nach einem Splitt ist die Aktie optisch günstig und viele Aktien sind auch danach sehr schnell gestiegen. Damals hatte das noch einen ganz anderen Grund. Es hat nämlich teilweise 3 bis 4 Tage gedauert, bis die neuen Aktien ins Depot eingebucht worden sind. Und ich erinnere mich noch ganz gut, zu Zeiten des neuen Marktes gab es eine Aktie Data Design. Die Aktie hat 5 zu 1 gesplittet und am Folgetag ging der Kurs ab wie eine Rakete. Und ich glaube, innerhalb von 2-3 Tagen hatten wir einen Kurszuwachs von an die 100% wieder erreicht. Warum war das so? Es war nur ein Fünftel der Aktien handelbar. Nämlich nur diese eine Aktie, die nicht neu eingebucht werden musste. Und 4 Aktien pro Aktie wurden ja neu eingebucht. Aber die neu eingebuchten Aktien waren in den Depots noch nicht drinnen. Es konnte also quasi nur ein Fünftel der Marktkapitalisierung, oder überhaupt ein Fünftel des Free Floats, überhaupt an der Börse angeboten werden. Demgegenüber stand aber die ganz normale Nachfrage nach Aktien. Und das hat damals die Kurse kurz nach dem Split immer sehr in die Höhe getrieben. Und daher war es interessant, die Aktien nicht am Tag vorm Splitt zu kaufen, sondern die Aktien am Morgen des Splitttages zu kaufen, einige Stunden oder einige Tage zu halten. Und da konnte man immer sehr gute Gewinne machen und man konnte sie vor allem auch sofort wieder verkaufen. Während wenn man vorher gekauft hat, waren die Aktien nicht handelbar. Inzwischen geht das Ganze nicht mehr. Heute sind die Broker sehr schnell. Die Stücke sind eigentlich in der Regel sehr schnell nach dem Split eingebucht. Ja, die Anzahl der Splits hat massiv abgenommen. Wir haben im Jahr 1997 beim S&P 500 von den 500 Werten haben 102 Werte, also über ein Fünftel aller Indexmitglieder, hat innerhalb eines Jahres einen Split durchgeführt. Im Jahr 2018 waren es gerade noch mal fünf Werte. Und das, obwohl eigentlich sehr viele Werte im S&P 500 inzwischen sehr hohe Kurse erreicht haben. Insgesamt notieren aktuell sieben Werte im S&P 500 über der Marke von 1.000 US-Dollar. Und wenn Tesla aufgenommen wird, noch sind sie ja nicht im S&P 500, kommt dann noch ein Achterwert dazu. Und 206 Aktien notieren über einem Kurs von 100 US-Dollar. Gute Frage und berechtigte Frage also. Warum gibt es im Moment kaum mehr Aktiensplitz? Keine kann man nicht sagen, aber kaum mehr Aktiensplitz. Ein entscheidender Grund dafür ist, dass sich in den Köpfen der Anleger ein Wandel vollzogen hat. Ein hoher Kurs gilt heute als Qualitätsmerkmal. Vielleicht auch ein Stück weit geprägt durch Warren Buffett, der seine Berkshire A-Aktie immer noch nicht gesplittet hat und irgendwo im sechsstelligen Bereich Kurse hat. Vielleicht ist das der Grund, dass er sich auch auf andere Aktien übertragen hat. Gefolgt natürlich von Werten wie der Amazon oder der Alphabet. Ein hoher Kurs wird von Anlegern als Zeichen dafür gesehen, dass hier eine sehr erfolgreiche Firma da ist. Sie hat es geschafft, diesen Kurs sehr hoch zu steigern. Diese Aktie muss attraktiv sein. Und dem wollen die Unternehmen natürlich nicht entgegenwirken, weil sie sind ja froh, wenn jemand in ihre Aktien investiert. Ein weiterer Grund ist, für Kleinanleger ist es auch möglich, in Bruchstücke von Aktien zu investieren. In den USA und auch hierzulande bei ein, zwei Brokern ist es inzwischen möglich, auch Bruchstücke von Aktien zu kaufen. Das heißt, es ist gar nicht notwendig, dass die Aktie gesplittet wird, wenn ich über einen Broker, gerade die neueren Broker, bieten es teilweise an, auch Bruchstücke von Aktien kaufen kann. Dasselbe gilt natürlich für Aktien-Sparpläne, wie sie es Consors oder Comdirect anbieten. Wenn ihr dort quasi eine halbe Amazon haben wollt, dann legt ihr einfach einen Sparplan auf Amazon an, mit ein oder zwei Ausführungen und den entsprechenden Beträgen. Danach habt ihr eine halbe Amazon. Also über diesen Weg Sparplan kann man auch Bruchstücke von teuren Aktien kaufen. Aus dem Grund ist es also für Kleinanleger auch nicht mehr notwendig, dass die Unternehmen ihre Aktien splitten. Er hat die Möglichkeit, selbst einfach nur kleine Anteile zu kaufen. Ein Argument, das ich noch gehört habe, warum es weniger Aktiensplitz gibt, ist, dass damit die Indexgewichtung steigen würde und damit ETFs mehr von den teuren Aktien kaufen müssen. Das halte ich allerdings nur für bedingt richtig, denn dazu muss es ein preisgewichteter Index sein. Der einzige preisgewichtete Index, der mir bekannt ist, ist der Dow Jones. Bei ihm ist es so, dass eine Aktie, der einen Kurs bei 100 Dollar notiert, ein doppelt so hohes Indexgewicht hat, wie eine Aktie, der einen Kurs bei 50 US-Dollar notiert. Das heißt, je höher der Kurs, desto höher das Indexgewicht. Alle anderen Indizes, wie zum Beispiel der MSCI World oder der S&P 500 oder auch der DAX, sind marktkapitalisierungsgewichtete Indizes. Und wie wir eingangs gesehen haben, ein Aktiensplitt hat auf die Marktkapitalisierung keinen Einfluss. Genauso wenig wie ein Aktiensplitt auf den Depotwert einen Einfluss hat. Aus diesem Grund glaube ich kaum, dass das ein Argument ist, zumal auf den Dow Jones nur sehr wenige ETFs draußen sind, mit sehr geringem Volumen. Und die richtig teuren Werte, wie zum Beispiel eine Amazon, eine Booking oder eine Alphabet, die sind nicht im Dow Jones enthalten. Die teuerste Aktie im Dow Jones ist aktuell die Apple. Was sagt das Finanzamt nun zu Aktiensplitts? Und dann nehmen wir unser Beispiel vom Eingang nochmal. Wenn wir also 50 Aktien mit 200 Euro gekauft haben und daraus werden durch ein 2 zu 1 Split dann 100 Aktien mit 100 Euro wert, dann wird das Ganze auch steuerlich so gesehen. Das heißt, wenn die Aktienansahl sich verdoppelt, halbiert sich der steuerliche Einstandspreis. Ihr habt nachher also auch 100 Aktien mit dem steuerlichen Einstandspreis von 100 Euro drin. Es ist also nicht etwa so, dass dann 50 Aktien mit 200 Euro und 50 Aktien mit 0 Euro einstehen, sondern der Preis wird pro Stück auch angepasst. Wichtig ist noch Limit- und Stoppkurse. Sie werden von der Börse rausgenommen, wenn es zu einem Aktiensplitt kommt. Also falls ihr irgendwo Stop-Loss-Limits drin habt oder Kauflimits im Markt habt, müsst ihr die nach einem Split wieder neu eingeben. Aber das Ganze ist zu eurem eigenen Schutz, denn es wäre ja wirklich ärgerlich, wenn ein Stop-Loss einfach nur aufgrund eines Splitts ausgeführt wird. Kommen wir zum Abschluss noch zu einem Spezialfall und das ist der Reverse-Split. Bei einem Reverse-Split passiert das Ganze genau umgedreht. Reverse-Splits werden vor allem dann durchgeführt, wenn Aktienkurse sehr stark gefallen sind und sie zum Beispiel zu Penny-Stocks werden. Das ist 2013 bei der Commerzbank passiert. Die Aktie ist Richtung 1 Euro marschiert. Dann hat man einen Reverse-Split im Verhältnis 10 zu 1 durchgeführt. Also aus 10 Aktien wurde eine. Der Aktienkurs ist dann von etwa 1 Euro auf 10 wieder hoch. Okay, inzwischen ist er wieder, glaube ich, irgendwo Richtung 4 Euro runter marschiert. Aber es war ein optisch höherer Kurs dann wieder da. Die Aktienanzahl hat sich parallel gezehntelt. Also er ist auf 10% gefallen. Der Depot-Wert ist auch hier wieder gleich geblieben. Wichtig noch, wenn sich bei einem Reverse-Split oder bei einem normalen Split Bruchstücke ergeben, dann wird ihr euer Broker in der Regel über einen Bar-Ausgleich ausgleichen. Das war's fürs heutige Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und drückt die Glocke. Dann werdet ihr informiert, wenn neue Videos online sind. Bis zum nächsten Video. Tschüss und auf Wiedersehen.